Aber hier, hier können wir nach oben. Zack, zack. Dann ein wenig drehen und hier weiter. Und hier weiter. Wir klettern sogar gerade auf den richtigen Turm. Da habe ich mich gerade gefragt, ob es denn auch wirklich der richtige Turm ist. Nein? Ein wenig weiter. Ein wenig weiter. So. Synchronisieren. Ich frage mich, wie der Muezzin hier diesen ganz schmalen, dünnen Turm nach oben geht. So ist da etwa eine Leiter? Aber der ist ja... Müsste eigentlich eine Leiter drin sein. Gut. Haben wir denn den Marker jetzt noch drin auf der Karte? Nein. Dann laufen wir zur nächsten Mission. Hüpf. Und nach oben. Und dort hinauf. Dort hoch. Nicht so hoch, sondern so hoch. Und dort auch hinauf. Und jetzt kurz gucken. Hab ich. Zack. Da war das neue Fleischer-Messer auch gleich im Einsatz. Gut, dann klettern wir hier runter, dort runter, da runter und die runter. Und schau an, wer da ist. Ein Herold ist da, den wir bestechen. So, guten Tag. Geht vorbei. Ach so. Haha. Falsch. Falsch. Ich hab die... Hä? Ach, da oben. Haha. Ja, dann... Noch weiter hoch. So. So. Zeichen und Symbole Teil 2. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe des Warnan Aquadux versteckt. Das Hinweise zum Versteck eines Masjaf-Schlüssel enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Das hatten wir ja schon mal. Wow. Polo-Symbol. Wer ist denn das? Nein, das ist kein Symbol. Da ist auch kein Symbol. Da ist ein Symbol. Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Nehmen wir mal das da hinten. Ist es auch nicht. Dann muss es ja hier sein. Lokalisiert. Aber da links ist ein Datenmus an die... Ein, 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 ein Demos-Fragment. Das lassen wir uns nicht entgehen. Entgehen. End und end. Nach oben. Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man ruhiger. Nee, mit dem Alter wird man erst richtig aktiv. Halt. So. Aufschlaghülsen sind jetzt bei Piri Reis im Geschäft verfügbar. Gut. Ich kann auch pfeifen, als ich. Oh. Ah, jetzt sind wir gerade den ganzen Berg runtergefallen. Berg runter, das ganze Haus. Ähm. Wie kommt man denn da am besten nach oben? Was habe ich denn gerade gestohlen? Du entwischst mir nicht. Wache! Ja, und nach der Wache gehören. Jawohl. Wieso pfeift er denn so? Ach so, ich habe die Kortisanen noch... ...noch, ähm... ...angeheuert. So, und mit Shift kann ich denen ja Befehle erteilen. Und dann pfeift er immer. Hätte ich ja dran denken können. Dann durchsuchen wir doch einmal hier. Gut, und das Fleisch am Messer sieht krass aus. Ein Buch. Ein schönes weiteres Buch. So. Und ich glaube, es wird langsam Zeit für eine Aufnahmepause. Das Mädchen mit der Flöte. Gut. Forum-Bobis freigeschalten. Bedeutet? Weiß ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich danke fürs Zusehen. Und... ...verabschiede mich von hier. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu dieser... ...ja... ...ich würde mal sagen... ...neuen Aufnahmen. Ja, es ist ja eigentlich eine neue Aufnahme. Ich habe ja gerade Tschüss gesagt. Und ich habe jetzt hier... ...leider muss ich hier jetzt alles nachsynchronisieren. Ihr hört mich jetzt über mein Headset. Ganz normal. Ich bin hier gerade in Camtasia Studios. Und synchronisiere das hier nach. Weil mir ist... Ich habe ein... Oh, jetzt erkläre ich schon. Was ist das weg? Ich suche hier jetzt. Jetzt habe ich mir vorgenommen, dass wir in dieser Aufnahme das Versteckte... ...die Versteckte Kruft machen. Und die restlichen beiden Assassin... ...Äh, Templer-Festen einnehmen. Hier ist die Versteckte Kruft. Und die beiden Assassin-Festungen, die wir noch über haben. Einmal die hier. Und links oben ist noch eine. Und ich wollte jetzt mal zur Versteckten Kruft gehen, ohne mir ein GPS-Point zu setzen. Und mache mich jetzt auf den Weg. Aber ich wollte ja noch schnell fällig erklären, warum ich jetzt hier nachsynchronisiere. Ich synchronisiere hier nach. Weil... Jaha... Mir ist bei... Oder sagen wir so... Mein PC hat ein... Jetzt gucke ich noch mal schnell nach, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Mein PC hat ein... ...ein Driver-Update für meine Soundcard gemacht, die in meinem Motherboard implantiert ist. Und hat dann bei Fraps alles umgestellt, von wegen hier Audioaufnahme über meinen... Nicht mehr über Mikrofon, also über meinen Headset-Eingang, sondern über... ...über meinen Tascam... ...über meinen Tascam-Interface, wo auch Mikrofon angeschlossen ist, was aber zurzeit nicht benutzt wird. Und deswegen hat er... ...nicht... ...halt keine Audiosprache aufgenommen. Und hier rutschen wir und töten wir den einfach so mal, zack, und rauben ihn noch aus. Und dann werden wir uns diese Holzwand hochbegeben. Und das ist es so, dass ich mir dieses hier schon zum dritten Mal angucke. Jawohl. Oder sagen wir zum vierten Mal, einmal beim Spielen. Und jetzt gerade noch zum... ...zwei Mal Versuch zu synchronisieren. Und jetzt zum dritten Versuch beim Synchronisieren. Hoffe ich, dass es jetzt klappt. Ich habe die ersten Male immer mit meinem... ...mit meinem besagten Mikrofon, was an meinem Interface angeschlossen war. Bei der ersten war es völlig übersteuert. Von der Lautstärke her. Bei der zweiten Aufnahme war alles irgendwie nur auf dem linken... ...ääh, auf dem rechten Kanal. Und ich hoffe jetzt, dass hier, dass es mit meinem... Ich bin jetzt aufs Headset umgestiegen. Ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert. Sonst... ...kriegt ihr das auf dem linken Kanal... ...ääh, auf dem rechten Kanal. Die Aufnahme einfach. Schauen wir da mal. Aber ich hoffe, dass es funktioniert. Und wir laufen jetzt hier durch die Gegend. Und... ...noch mal kurz gucken, ob ich richtig bin. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Nur viel zu weit nördlich. Das heißt, wir laufen jetzt nach Süden. Und... Auf geht's, weiter geht's durch die Menschenmenge. Ganz ausziehen. Und untypisch laufen wir ja auffällig durch die Gegend. Nicht mehr über die Dächer, sondern durch die Straßen. Wollte hier die Wand hochklettern. Hab's mir anders überlegt, weil es hier nach oben geht. Ganz einfach. Die Wand hoch. Und jetzt sagt die Frau... Er hat sie doch nicht alle beisammen. Und hier hab ich mich ein wenig über dieses Kommentar aufgeregt. Ja, und lauf wir weiter. Ich weiß allerdings nicht mehr, was genau ich da über dieses Kommentar gesagt hab. Und... Jetzt zum dritten Mal sage ich jetzt... Nachdem wir diesen Typen hier getötet haben... ...Jesad war da, wo unser Geld steht. Ist jetzt ein rotes... ...Symbol aufgetaucht. Mit einem Matten-Tatz-Ziel. Und da hab ich mir gedacht, hä, ich bin doch auf keiner Mission. Wieso ist da jetzt was? Hab versucht, das rauszufinden. Lauf hier durch die Gegend. Versuche es jetzt, dann ins Target zu nehmen. Was mir auch gelingt. Werd allerdings gerade von einer Wache beobachtet, die uns jetzt auch gleich aggressiv angreifen wird. Allerdings wollte ich den jetzt hier mit einem Assassinsprung mit verstecktem Messer töten. Hat aber nicht funktioniert. Deshalb wechsle ich auf... ...auf Faust. Um den Zug zu kloppen. Und jetzt fällt mir auf, dass es der Typ ist, der in Assassin's Creed 2 unsere Schwester angreift. Und wir kriegen den Erfolg rauf, Bolt. Das war der Typ, der unsere Schwester im Eheversprechen gemacht hat und sie dann voll getroffen hat. Und wir haben den damals schon einen ordentlich aufs Maul gegeben. Und jetzt plündern wir den und der hat so schlauerweise nur eine Münze dabei. Wow. Und jetzt kommt da eine Wache. Ich hab gedacht, ah scheiße, jetzt muss ich gegen die auch noch kämpfen. War aber nicht so. Und ich hab einfach, weil ich ja die nur zusammengeschlagen hab. Und deshalb sind die ja nicht tot, sondern nur liegen, nur Flaupt vom Boden rum. Ja, hab den auch noch ausgeraubt und begebe mich jetzt weiter. Ich sehe schon auf der Map dieses Templerkreuz. Und geh jetzt weiter hier noch einmal nach oben. Und mir fällt gerade ein, hui, ich muss Hunted auch noch nachsynchronisieren. Weil da ist dasselbe Problem. Anno habe ich in der Zeit ja nicht aufgenommen, weil ich dann noch genügend Folgen hatte. Also werdet ihr bei Anno wieder auf die normale Synchronisation von mir gleichzeitig zum Spielerlebnis kommen. Allerdings bei Hunted und bei Hunted muss ich sogar, ich glaub, sechs Folgen noch nachsynchronisieren. Also eineinhalb Stunden nachsynchronisieren. Und bei Assassin's Creed muss ich dann eigentlich auch noch nachsynchronisieren, eineinhalb Stunden. Und ich hoffe, dass ich, ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen. Ich werde die Folge rendern, jetzt hat mehrere Folgen rendern. Und dann nachsynchronisieren, um die dann, um alle hochzuladen. Und damit ihr dann, ich versuche es jetzt so zu noch hinzubekommen, dass ihr jetzt jeden Tag eure Folge bekommt. Und hier ist mir auch was Lustiges passiert. Wollte ich als erstes den Hinteren töten, ist mir dann aufgefallen, ja vielleicht sieht uns dann der Vordere. Weil der, der da ja versetzt stehen. Habe ich mich jetzt für den entschieden, hab den umgebracht. Und jetzt müsst ihr kurz aufpassen, was mir passiert. Achtung, jetzt hat, bumm. Habe ich mir gedacht, what the fuck, was war das? Habe es mir dann ein wenig zusammengereimt, während ich dann vor der Wache geflohen bin. Anscheinend wollte Ezio den Typen mit einem Assassinsprung töten. Hat allerdings sich dann an dem Holz festgehalten und ist dann doch runtergekracht. Und dabei hat es den Typen einfach runtergehauen. Jetzt sehe ich hier noch ein Datenanmussfragment, was wir uns auch gleich holen. Ich habe vorhin auch eins gesehen, was ich mir dann irgendwann mal holen werde, wenn wir dann nochmal vorbeikommen. Ich wollte mich da eigentlich oben an den Stein festhalten. Und hier habe ich mich dann über die Bergziege, die er uns gerade genannt hat, habe ich mich aufgeregt. Und jetzt habe ich dann noch gesagt, ui, hier sieht ja alles ganz schön kaputt aus. Aber der Eingang zur Rotkruft ist ziemlich neu. Okay, gut, jetzt muss ich dann schauen. Ich habe bei der ersten Nachsynchronisation den Schuss verkackt. Ich habe viel zu lange geredet. Wir haben noch 45 Sekunden. Eigentlich ja, jetzt hat 44 Sekunden. Und dann sage ich hier, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die ich jetzt halt auch noch nicht synchronisieren werde. Nach diesem schicken mechanischen Revolution hier in der damaligen Zeit und nach diesem wunderbaren Ladescreen sehen wir noch einen kurzen Blick auf die versteckte Gruft. Und dann werde ich auch schon Ciao sagen müssen. Genau in 15 Sekunden. Wir kletterten hier noch raus, sehen hier die schönen Folterkäfige, die runterhängen. Und anfangen von der Missionsbeschreibung, die ich euch in der nächsten Folge vorlese. Und wir sehen uns dann dort. Ciao.